An einem warmen Sommerabend, als die untergehende Sonne die Straßen in ein goldenes Licht tauchte, kehrte die alleinerziehende Mutter Lisa erschöpft vom Einkaufen zurück. Sie hielt ihre Einkäufe fest umklammert und dachte an ihre sechsjährige Tochter Emma, die zu Hause sehnsüchtig auf sie wartete. Lisa hatte es nicht leicht, ihr Job als Kassiererin reichte kaum aus, um über die Runden zu kommen. Doch sie war eine Kämpferin, die für ihre Tochter alles tat. Plötzlich sah Lisa am Straßenrand eine regungslose Gestalt liegen. Ein Obdachloser, dessen Gesicht von Not und Elend gezeichnet war, krümmte sich vor Schmerzen. Ohne zu zögern ließ Lisa ihre Einkäufe fallen und rannte zu ihm. Sein Gesicht war aschfahl und seine Hände krampften sich um seine Brust. Oh mein Gott, er hat einen Herzinfarkt, dachte sie panisch. Lisa hatte vor Jahren in einem Erste-Hilfe-Kurs gelernt, wie man Wiederbelebungsmaßnahmen durchführt. Obwohl sie zitterte und Angst sie fast lähmte, begann sie sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ihre Hände pressten rhythmisch auf seine Brust, während Tränen über ihre Wangen liefen. Bitte halten Sie durch! Ihre Familie braucht Sie! Flüsterte sie verzweifelt, obwohl sie nicht wusste, ob der Mann überhaupt eine Familie hatte. Minuten vergingen wie in Zeitlupe und Lisas Arme schmerzten unerträglich. Doch sie gab nicht auf. Endlich hörte sie das ersehnte Sirenengeheul eines Rettungswagens. Die Sanitäter kamen und übernahmen die Reanimation. Lisa stand zitternd und mit tränennassen Wangen daneben, ihre Hände blutverschmiert und vor Kälte taub. Einer der Sanitäter legte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Sie haben ihm das Leben gerettet. Ohne ihre Hilfe hätte er es nicht geschafft. Lisas Herz schlug wild vor Erleichterung und Erschöpfung. Sie sammelte ihre Einkäufe ein und kehrte langsam nach Hause zurück. Einige Wochen später, als Lisa mit Emma im Park spielte, näherte sich ihnen ein gut gekleideter Mann. Es war der Obdachlose, den sie gerettet hatte. Doch jetzt sah er ganz anders aus, sauber, gepflegt und voller Lebensenergie. Lisa, sagte er mit tränenerstickter Stimme, dank ihnen lebe ich noch. Ich war in einer tiefen Krise. Doch ihre Tat hat mir nicht nur das Leben, sondern auch meinen Glauben an die Menschlichkeit zurückgegeben. Er erzählte ihr seine Geschichte. Einst war er ein erfolgreicher Geschäftsmann, doch eine Reihe tragischer Ereignisse hatten ihn in die Obdachlosigkeit getrieben. Nach seiner Genesung hatte er beschlossen, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und als er seine Firma wieder aufbaute, hatte er eine Vision, eine Stiftung zu gründen, die Menschen wie Lisa unterstützt. Mit tränenerstickter Stimme sagte er, Ich habe mein Testament geändert. Sie und ihre Tochter sind jetzt Teil meiner Familie. Sie werden nie wieder Not leiden müssen. Er überreichte ihr einen Scheck, der mehr Geld enthielt, als Lisa je gesehen hatte. Lisa konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie umarmte Emma fest und flüsterte, Wir haben es geschafft, mein Schatz. Unser Leben wird sich verändern. Und so begann für Lisa und Emma ein neues Kapitel eines, das von Hoffnung, Dankbarkeit und dem tiefen Wissen erfüllt war, dass eine einzige gute Tat das Leben für immer verändern kann. Die Zeitung des Wissen Riechen Möchung Vielen Dank.